ARD Text im Auftrag von Funk Ah! Ich hab mich gewundert, hä? Was hat der Kippen mich da? Wenn da natürlich jemand überexplisiert, dann warst du es auch, damit ich da unten So Ich geh mal nach Hause Dann schauen wir mal, was hier eventuell so rumfleucht Flöchte hier was rum? Hallo, Creepers Wer flöchte denn hier? Was ist das denn? Oh mein Gott, ein Creeperskelett oder sowas? Hat aber auch nichts gedroppt Was ist das denn? Oh! Die Musik passt super dazu, einfach nur Äh, steht in den Kommentaren? Oh mein Gott Elias, pass für jetzt Twitch, kann ich Moderator anhaben? Nein, das glaub ich eigentlich weniger Also hab jetzt beginnt die Tabelle Punkt Zwei geht und zwei Hast du was verstanden? Ich hoffe mal ja Äh, ja so nein 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 Nein, ich bin gestorben Ich bin eine Wundertoll Wundertoll Wenn ich nicht endlich sterben werde Fänd ich's wuuundertoll Wundertoll Wundertoll Ja, super Hat super funktioniert Hätt ich den ersten Film, den ich nicht eingeschossen hätte ich wahrscheinlich überlebt Hätt ich den ersten Film, den ich nicht eingeschossen hätte ich wahrscheinlich überlebt Ja, Alter, wir haben schon wieder 26 Later, voll auch nicht kotzt ab Oh ja Oh ja Klar klack Also wir haben noch die Axt, wir haben noch den Dark Repulsor Wir haben noch das Schwert, wir haben noch den Superbogen Wir haben noch das Wir haben noch das Das heißt wir haben alles wichtiges Na wie komm ich da hoch wieder? Na gut Das ist doch gut geschützt Man sollte sich immer gut schützen Ha 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 Nicht schlecht, 23 Stück schon Na gut, wir haben unser gesamtes Level wieder verloren Warum auch nicht, wer verliert sich gerne immer wieder sein Level Ok 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 aber wir werden es dann sehen hier die Hühner sind, hier die Pferde sind dann zimmere ich halt hier noch einen Weg rein, ist ja auch egal hier kommt zur Absicherung, falls hier wirklich mal was entstehen sollte hier noch einen Zaun hin so, das hier so, machen wir auch so ich weiß natürlich, was könnte man hier hin bauen da muss ich irgendwann mal weiterbauen, ich weiß nicht genau, was ich da mache so ich glaube es wird echt Zeit und das wird jetzt ganz schön dauern, aber es wird Zeit dass wir das jetzt alles hier rausrupfen das tut mir jetzt leid, aber wenn wir das jetzt so abändern wollen, so schön hier, dann müssen wir das leider 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 alles rausreißen dann fange ich jetzt einfach mal an ich brauche ein bisschen Erde so die Achse würde das locker durchhalten, die ganzen Dinger klack keine Angst, wir bauen das natürlich wieder rein so ist es ja nicht nur an anderer Stelle ähm Kies brauche ich gleich nochmal dann rufe ich jetzt nochmal raus klack, 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 klack ach ja, lange hat es gewehrt, aber jetzt muss es doch mal raus wieder wir haben ja auch ordentliche Farmen schon angelegt außerhalb unseres gesicherten Bereiches hier Kieson wir haben einen Daumen hoch und dasаждen dann machen wir das jetzt anders und zwar das ist alles ein bisschen süßer das weg gibt es hier das heißt ist auch ein bisschen doof wird das hier ein bisschen eng so 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 dann verlege ich das mal noch eins nach hier wenn das so eng aneinander liegt genau so so ich würde sogar wenn ich drüber nachdenke auch hier nur so 1 2 machen moment ich hätte mir nachher mal diese automatische farben durchlesen und dann mache ich mal eine einfach nur weil es ein zuschauerwunsch gerade in dem moment war also seid da nicht erschüttert da mache ich gleich was kein problem auch wenn ich jetzt gerade nicht verstanden habe was du von mir wolltest das kann man sehr schnell mal durchlesen ist kein problem natürlich erfüllen die felder dann jetzt keine große effizienz da passt das hätte ich wesentlich effizienter gestalten können wie gerade eben die waren sehr effizient aber ist ja egal wie soll denn gut aussehen hier wir haben ja felder sind bloß etwas außerhalb gelegen und hier sind nur so für den kleinen hunger falls wir mehr brauchen weil wir was machen wollen können wir nach draußen gehen und die uns holen wir müssen natürlich jetzt abwarten bis das hier alles wieder grünt damit das wieder gut aussieht weil das sieht jetzt auch ein bisschen schäbig aus gerade klack 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 okay hier ist alles ein bisschen schwierig hier bin ich noch nicht so ganz sicher wie ich das handhabe hier doofer zombie machen wir das mal so wohl so ist auch scheiße wegen dem hier machen wir das mal so jetzt kommt es hier noch weiterzeugen 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 mit wie das loch die bitte sagte ich und auch hier 1 2 3 1 2 3 1 2 3 und die in die mitte 1 2 3 1 2 3 1 1 2 3 2 2 1 3 1 2 3 3 3 1 verfehle immer die mitte Die Eimer, die Eimer, die Eimer, die Eimer. Auch die habe ich nicht dabei, aber das ist mir egal. Dann mache ich mal ganz kurz einen. Das ist jetzt nicht das Ding.